LT1-Zuseher sind leidenschaftliche Schwammerlsucher. Das nur eine kleine Auswahl an Fotos, die man uns in den letzten Tagen zugeschickt hat. Dieser Fliegenpilz durfte natürlich stehen bleiben. Wer gerne und oft, wie man in Oberösterreich sagt, in die Schwammerl geht, kennt sich aus. Und wer nicht, hat ab sofort wieder Gelegenheit, seine Beute bei der Pilzberatung im neuen Linzer Rathaus checken zu lassen. Grundsätzlich Gefahr ist, wenn sie alt sind, wenn sie schon verdorben oder in Verderbeübergängen, dann ist sicherlich nicht mehr ratsam, Pilze zu konsumieren, weil sie können auch im verdorbenen, schlechten Zustand, abgealterten Zustand einfach Probleme verursachen. Es gibt eine gute Anzahl von Speisepilzen, die man im frischen Zustand unbedenklich verzehren kann. Aber es gibt da sehr viele giftige Pilze, auch tödlich giftige Pilze natürlich, von denen man natürlich abraten sollte. Keine besonders gute Idee ist es, sich als Laie auf das Ergebnis einer Handy-App zu verlassen. Das funktioniert teilweise und das funktioniert dann teilweise nicht. Da muss man dann als Nutzer so einer App einfach so weitsichtig sein und sagen, ich muss andere über den Tellerrand drüber schauen und was suchen, was könnte das ähnlich sein. Man kann das wirklich nur mit viel Erfahrung machen und nicht gleich das Erste, was ich kriege, beurteilen und sagen, ah, das ist das. Eierschwammerl kennen alle, aber es gibt noch eine ganze Reihe weiterer schmackhafter Pilze in unseren Wäldern. Es gibt zum Beispiel die Täublinge, der Frauentäubling, der Gründäubling war auch genießbar. Dann die Rotkoppen sind zum Beispiel ganz gute Speisepilze, Maronenröhrling genauso. Oder die Parasole, die kennt jeder auch. Fette Beute, wie auf diesen Fotos, ist derzeit in Oberösterreich kaum zu machen. Bestätigt der Fachmann. Wir haben eine sehr trockene Phase jetzt wieder. Ich bin überrascht, dass ich heute überhaupt schon Schwammerl am Tisch gekriegt habe am ersten Tag, weil einfach der Wald trocken ist. Entsprechende Literatur und das nötige Insiderwissen sorgen bei der Pilzberatung dafür, dass man sich bestimmt nicht den Magen verdirbt. Man kann die kosten, aber nur ein bisschen davon. Und wenn sie auf der Zunge brennen beim Täubling, dann weiß man, den kannst du nicht essen. Geöffnet hat die Pilzberatung im Neuen Linzer Rathaus jeden Montag und Donnerstag von 8 bis 10 Uhr im ersten Stock, Zimmer 1043.